Hi ich bin Sandi Kuhn und ich leite hier das Stadtstudio in Göppingen Wir suchen den Sound der Stadt und nehmen Geräusche auf, Musik, wir kreieren selber Musik, wir laden die Leute dazu ein mitzumachen und haben schon ein paar tolle Sachen aufgenommen heute und ich freue mich, dass wir das Projekt jetzt endlich realisieren können und wir sind ein festes Team mit Soundingenieur, zwei Musikern und noch ein Orga-Team und plus Gastkünstler und sind jetzt fünf Tage unterwegs in Göppingen und Umgebung und machen ein tolles Projekt Kommt vorbei! Wir entwickeln hier jeden Tag quasi eine neue Session, wir wandern von Ort zu Ort in Göppingen verteilt und bauen unser tolles gemütliches Stadtstudio auf und animieren dann Leute mit uns gemeinsam Musik zu machen Wir nehmen das auf und werden am Schluss dann für jeden Tag quasi mit Film und Ton einen Track, ein Video kreieren Ich bin der Uli Röser, bin Posarnist und bin heute Gastkünstler Ja, das ist ein sehr spannendes Projekt Wir versuchen Klänge der Stadt und Leute, die hier sich aufhalten, in den Sound mit einzufügen dass sie was aufnehmen, dass sie eine Idee haben, dass sie kreativ werden und das ist eine super Sache Das ist Göppingen, Göppingen ist meine Stadt Wir sind heute auf dem Kornhausplatz Hier aufgewachsen, groß geworden in der Street Sieh wie jeder hier diesen Beat auf Lunge zieht Was ist los? Warum machst du das Gesicht? Bist du nicht happy? Dann bin ich es auch nicht Nimm meine Hand, wir streifen jetzt durch Göppingen Schenk mir ein Lächeln und lass uns singen Kornhausplatz Kornhausplatz Du fühlst dich gut an Kornhausplatz Kornhausplatz Du fühlst dich gut an Kornhausplatz 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 Kornhausplatz